Einmal kurz gucken. Kurve und dann springen. Gut. Eins, zwei. Zwei. Wie kann der einen... Super. Das freut einen ja mega, wenn die Gegner einen noch treffen können, obwohl man... nicht unbedingt neben denen steht. Äh... Wui. Hä? Bitte was? Das ist neu. Also wir müssen jetzt vorbeispringen an diesem Wind. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nach Hause? Wir haben jetzt einen Drachen gefunden. Nichts nach Hause. Die auf der Rückseite ist nicht. Aber jetzt... Okay. Moment. Müssen wir jetzt vielleicht eine Kurve fliegen nach links? Ne, so auf jeden Fall nicht. Hier ist optisch auch nicht. Okay, also mal zurück. Was haben wir hier? ein langer Weg. Hier ist ein Wind. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Das war klar. Okay, das ist der erste Sprung. Wie kriege ich denn den Powerdash bis rüber? Ja, so. Jetzt hat es geklappt. Gut. Gut, das hätten wir jetzt einmal darüber. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir in den Wind springen. Dann geht es eine Etage rauf. Ein bisschen aus wie der Anfang. Könnte sogar der Anfang sein. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe aber noch keine Kiste gefunden. Das ist ein Drache. Und hier sind... Ist das Boden oder ist das nicht Boden? Ein Boden zu sein. Fliegen wir mal zum Drachen. Lül. Okay. Danke für diese hilfreiche Information. Sehr gut. Gut, das bedeutet jetzt wahrscheinlich, hier gibt es irgendwie so eine Multisprung... Multisprung des Todes. Wih! Wih! So, was gibt es denn hier noch? Wahrscheinlich nur wieder Krimskrams. Ein Leben, das ist gut, nachdem wir zwei verschwendet haben. Das ist, um da rüber zu springen. Da ist noch ein Drache. Oh je. Und. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Einmal schauen, wie der Sprung geht. Der geht so. Okay. Okay. perfekt hier müssen super sprung gegen das halte ich für sehr gewagt und könnte man darüber das heißt könnte jetzt müssen wir darüber weil woanders kommen wir eh nicht hin und das wieder nach hause okay also wie kommt man zu dem drachen da hinten vor allen dingen wo genau war der also da oben drauf sollte man noch irgendwie kommen können bei mir gerade schleierhaft ist wie das hier ist jetzt echt verwinkelt wir müssen darüber sonst wird das nicht und das ist auch nicht die plattform war denn die plattform mit dem drachen gar nicht da ja natürlich kann man hier nicht seitlich durchgehen aber mit dem sprung kommt man da ja auch nicht hin kann ja nicht nach links abspringen äh ja tolle wurst das kann es ja vollkommen knicken ne vergesse es wie das ist viel zu weit das haus sieht das sieht eigentlich ein bisschen anders aus aber nicht nicht so dass man was dran machen könnte äh hm ja hier geht es auch nicht rauf hier hinter ist auch nichts besonderes wo ist denn da der trick und hier könnte man bestimmt darüber fliegen hier ist noch eine rampe wo führt die denn her äh hallo kamera äh ja jetzt aber mal wirklich ja ne das ähm das ist ein sehr langer powersprung wo auch immer der startet naja wenigstens haben wir die kiste jetzt mitgenommen okay das wird mir jetzt langsam zu frickelig wir nähern uns dem ballonfahrer so ein mist hier sind erstmal jede menge kisten das verrückte ist es gibt ja überhaupt keine naja bosse oder irgendwelche spezial gegner es gibt einfach nur gegner die hier überall rum rennen metal hat metal hat da müssen wir von weiter oben springen das ist das metal hat und du fliegst wohin in die welt der dreamweavers da waren wir noch nicht ne ne oje mine oje mine nix hier ist nur so ein stromfreudiger ach jetzt ist der wind hier offen bringt der uns aber nur hier hoch oder bringt der uns höher ne der bringt uns nur hier hoch ein aber Backup. Begegnung mit Metalhead, das klingt nach Boss, aber das klang bei dem Doktor auch nach Boss und es war keiner. Ach, so sieht das also aus. Du willst mich doch ver... Mein Zielwasser ist aus. Darüber. Endgegner Spyro. Ey, das ist der Gegner hier, den man besiegen muss. Spyro, das erklärt's. Tschüss. Das erklärt die Schwierigkeit des Spiels tatsächlich. Ja doch. Ich glaub du hast das da... Du hast äh... gefunden worum es hier geht. Ja da rein zu dashen war eine richtig doofe Idee. Hier ist nichts. Hier unten ist noch Krimskrams. Wie viele waren jetzt hier? Genau, ein Drache und viele, viele Kristalle. Das nehmen wir alles mit... Da ist schon der Drache? Das ist da Diki. Dieser Roboter ist aufgeladen, um gegen dich zu kämpfen. Du kannst deine Stromversorgung unterbrechen, indem du die Magnetpole angreifst. Magnetpole angreifst. Es ist ein Boss. Ah, komm schon. Das Problem ist, den zu steuern ist auch so eine richtig einfache... Gelegenheit hier. Ja, kaputt. Und Game Over. Alles auf einmal. Jetzt müssen wir wieder bis zum Mittelhead laufen, ne? Alles auf einmal. Sehr gut. Das war doch jetzt mal was. Ich fang... Ich fang... Ich bin... Weiß ich nicht. Gedanklich immer so ein bisschen am schlafen, dass ich die ja nicht umbrotzen kann. Okay, ein Hühnchen, zwei Hühnchen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich... Ich bin... Drei... Ich bin... Da rennt da. Der Kleine. Da rennt da... 2 nah dran. Wieder zu nah dran. Sacke, vorbeigerannt. Nein! Spyro, lass das. Och, wir starten immer hier. Na wirklich? Das ist überhaupt nicht nervig. Überhaupt nicht. Kann ich hier speichern? Sacke. Ach, wirklich? Gut, wenigstens das hätten wir. Wow. Dann spiel doch mal Bowling. Ne Sekunde zu spät. So ein Rotz. Ach, du willst mich verkackeiern. Da renne ich da auch noch rein. Das ist doch nicht dein Ernst. So, jetzt aber. Ist da oben irgendwas, um Leben aufzufüllen? Ne. Hä? Nicht wirklich. Nein! Spyro, du blöder Sack. Sacke. Halt deine komischen Ringe für dich. Den X. Man, 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 man. Wuhu. Wegweg rennen. Und Bild drehen. Hey! Du sollst ihn umbügeln hier. Ja. Ja. Yes. Oh. Ist das ein frickeliger Kampf. Dann einmal hier durch. Ei, 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 ei. Da bin ich mal was länger da. Einen wunderschönen guten Abend an das Couchgemüse. Und alle Zuschauer, die mitkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Montag und einen wunderschönen Stream. Aber da ich weiß, dass sie vom Couchgemüse kommt, glaube ich mal, dass das so ist. Spyro. Ja, Spyro. Das allererste Mal, dass ich den kleinen Drachen steuere. Was ist da hinten? Wie soll man denn da hinkommen? Äh, da kann man fliegen. Hoffentlich versaue ich mir jetzt nicht. Wie geht's euch? Ist geschickt gemacht hier so leicht versteckt. Äh, wir haben den Schlüssel nicht, oder? Nö, haben wir nicht. Di, 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 di. Wup. Ja, das war für mich als Kind immer recht tricky. Wir haben gerade ordentlich aufs Maul bekommen. Oh, was habt ihr... Ach, Hand. Hand Showdown. Ja, okay, da ist es aber... Äh, ist das nicht so ein Spiel? Man hat entweder einen sehr guten Stream, oder eine sehr gute Runde, in der man spielt, oder man hat eine, wo man eher einfach nur aufhören möchte. Okay, jetzt bleibt hier Artisans, Peacekeepers, Magic Crafters, Dreamweavers. Hier waren wir noch nicht. Haben die neue Map probiert, und da waren gefühlt nur Pros drauf. Oder sehr viel Pech. Aber ihr seid doch auch Pros. Oder nicht? Also immer wenn ich euch zugucke, habe ich das Gefühl, ihr seid Pros. Was ist das hier für eine Super Mario Welt? Da, uh. Spyro, nichts von den Pilzen essen, die hier rumflirren. Ah, okay, und der Trick hier ist jetzt, der verändert die. Und dadurch muss ich die verschieden töten wahrscheinlich. Die, 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 die. Werde, was du bist, geh weg. Haunted Tower. Das war nicht mein Plan. Hoffentlich passiert nichts, wenn wir die Pilze essen. Sweet sind wir aber nicht. Potato und Knofi sind besser als ich. Aber es geht doch auch, es geht doch deutlich besser. Wir und Pros. Ja, ich... Generell, so Competition Games, da... Ich verliere da die Nerven. Ähm... Irgendwann, wenn es dann tricky wird, wird es dann halt auch bei mir im Kopf tricky. Äh... Das ist nett, dass wir jetzt wieder am Anfang sind. Danke. Hier gibt es drei Drachen. Was ist alles hier? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja doch, Haunted Towers. Ich hatte meine zwei Rage Momente. Dann, äh... Sind wir da ja auf einer Wellenlinke. Da hab ich grad was gesehen. Da hab ich grad was gesehen. Na komm, hier schauen wir nochmal rein. Wahrscheinlich ist das jetzt ein riesen Level mit, weiß ich nicht, 18 Drachen und... 12 Millionen Edelsteinen. Ne, drei. Was ist das hier? Was bist du? Ich bin da immer recht gechillt. Ja, es gibt da auch... Also Competition Games, da werd ich halt... Weiß ich nicht. Ja, der Controller ist grad weg. Entschuldigung. Der Moment wo... Was muss ich mit dir machen? Muss ich dich umrennen? Um... Husten? Ne. Äh... In Ruhe lassen? Ich bin für in Ruhe lassen. Oje, Mene. Super. Game over. Ten out of ten. Ten out of ten. Wir gucken erstmal weiter. Weee! Den haben wir. Achso, wir müssen wieder zurück zum Anfang, damit wir... Ähm... Weiter können. Vermutlich. Einmal Kopfnüsse auf die Kiste. Hier ist die Dark Passage. Spyro. Also das hier ist ne komische Welt, muss ich sagen. Da haben sie mal ihren... Inneren Verrückten einfach freigelassen. Wo bringen wir uns das hin? Geh hier rüber. Geh hier rüber. Kennst du Sly Raccoon? Oh ja. Definitiv. Auch ein... Gott, hab ich das selber mal? Ich weiß, ich hab das bei meinem Neffen mal gespielt damals. Junge. Wenn du in dieser Welt Nass-Dislakain jagst, musst du das Unerwartete erwarten. Ja. Und mit dem... Also dabei muss man sagen, mein Neffe ist... Fünf Jahre jünger als ich. Das waren meine Lieblingsspiele. Ähm... Ich erinnere mich zu wenig dran. Also ich weiß ungefähr, wie das Spiel aussah. Es hatte so ein bisschen was von... Ratchet & Clank, glaube ich, ne? So von der Aufmachung her. Ähm... Wenn ich jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen bin. Lofty Castle. Was ist denn das für ein Wasserstrahl da, der da runter kommt? Da ist unser Ballonfahrer. Zu dem wollte ich eigentlich. Soll es da nicht auch einen neuen Teil von geben? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch richtig im Kopf habe, dass ich das mal gelesen habe. Hä? Also, die müssen erst verzaubert werden. Die müssen erst verzaubert werden. Ernsthaft? Träubchen. Was? Jacuz? Jacuz. Und wohin bringst du mich? Jetzt in eine neue Welt oder wieder zum Anfang? Komm wieder vorbei, wenn du 6000 geraubt hast? Erstmal nach Arte sinds. Ich wollte gucken, ob dieser Geheimgang jetzt offen ist. Gut, ich muss dann aber auch mal Richtung Bett. Aber ich hoffe, dass ich bald mal wieder richtig als Zuschauer dabei sein kann. Bist immer herzlich eingeladen. Und ich hoffe, dass ich mal wieder jemand raiden kann, der mich raidet. Die sind immer alle offline. Das ist... Ja. Ich würde das ja gerne auch mal zurückgeben, aber... Leider sind die Leute immer alle weg. Ach du Scheiße. Ist das jetzt einfach nur Clicky-Rätsel oder richtige Reihenfolge? Okay, einfach nur Clicky-Rätsel. Uh. Sunny Flight. Oh, nee. Bloß nicht. So, meine Freunde. Da. 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 Fynn Ortis. Da. 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 Bis zum nächsten Mal.